So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier in dem virtuellen Hörsaal 4. Als nächstes wird die Silke Meier euch etwas über DMX erzählen. Das ist eine grafische Modellierung von netzter Information für kollaboratives Wissensmanagement. Und damit übergebe ich an dich, liebe Silke. Vielen Dank. Ja, hallo auch von mir. Ich muss sagen, das ist meine erste Online-Konferenz und ich bin ziemlich beeindruckt, wie gut das mit diesen ganzen Räumen funktioniert und so. Und wollte auf jeden Fall dem Orga-Team nochmal Danke sagen, dass ihr beschlossen habt, das zu machen. Also, ich finde das großartig. So, dann komme ich mal zu DMX. Ich sage erst mal kurz, wer wir so sind. Und zwar ist das eine Software, die gibt es schon 20 Jahre. Sie hieß ganz lange Deepa Meta. Vielleicht kennen das noch welche von euch. Jörg Richter ist der Softwareentwickler, der sich das ausgedacht hat. Der ist auch nach wie vor dabei. Wir haben vor zwei Jahren beschlossen, das Projekt umzubenennen in DMX und haben eine Firma gegründet zu acht. Und jetzt sind wir ein interdisziplinäres Team aus den Bereichen Softwareentwicklung, Systemadministration, Sozialwissenschaften, Kommunikation und Kultur. Und ich bin heute hier, um euch mal das DMX 5.0 Release kurz vorzustellen. So, hier ist ein kleiner Überblick über das, was wir vorhaben. Erstmal, wozu ist DMX überhaupt gut? Welche Projekte gibt es schon, die das nutzen? In was für Einsatzszenarien wird das verwendet? Dann gucken wir uns kurz die Terminologie, die wichtigsten Begriffe an und wie das User Interface aussieht. Und dann kommen wir zum Thema, was ist ein Datenmodell und wie kann man das selber in DMX grafisch zusammenbauen? Später komme ich dann noch zu Plugins und weiteren Features. Das wird kurz angerissen. So, und ich muss sagen, ich wollte eigentlich ganz viel User Interface zeigen. Ich habe dann aber festgestellt, dass es durch die Übertragung eine ziemliche zeitliche Verzögerung gibt und habe mich dann doch entschieden, euch jetzt erstmal eine Weile mit Folien hinzuhalten und erst zu dem Datenmodellteil dann tatsächlich in eine DMX-Instanz zu wechseln. So, was ist DMX? Wir sagen immer, es ist eine Plattform für Wissensmanagement und Kollaboration. Das ist natürlich ein bisschen abstrakt. Es geht darum, eine Plattform zu schaffen oder zu haben, mit der man einen Startpunkt hat, um relativ einfach Anwendungen zu entwickeln, die Zusammenhänge abbilden können. Und zwar stellen Computer ja oft einfach nicht Zusammenhänge so dar, wie Menschen denken, nämlich viel assoziativer. Wir verbinden Sachen gedanklich miteinander und an diesen Verbindungen wissen wir ja, was da noch für Informationen zusätzlich dran hängen. Sind das zeitliche Abfolgen oder sind das irgendwelche Attribute, Schlagworte oder kommt ganz auf den Zusammenhang darauf an, indem wir arbeiten. Und DMX ist dazu da, das zu unterstützen, halt das assoziative Arbeiten und Vernetzen von Daten. Und das Ganze kann man hier grafisch mit modellieren. Einige Projekte, die es schon gibt. Das älteste heißt Kiezatlas. Das ist eine Kartenanwendung, also es gibt eine Website dazu. Da ist die soziokulturelle Infrastruktur Berlins mit drauf. Und das gibt es schon aus die paar Meter Zeiten, das Projekt. Und gibt es auch immer noch. Dann gibt es ein Projekt, die Crowd Omnibus Reading Tour. Das ist tatsächlich ein Literaturnetzwerk, das eine Busfahrt durch Europa gemacht hat. Und man kann auf einer Karte nachverfolgen, wo die Tour lang ging, kann sich die ganzen Orte aufrufen und gucken, wer da was für Veranstaltungen gemacht hat und Zusatzmaterialien, Fotos, Videos und solche Dinge sich anschauen. Mit der TAZ, also der Tageszeitung, haben wir eine Seite gebaut, die Migration Control heißt. Das war ein Rechercheprojekt von denen. Die haben einen Zeitstrahl gebaut, wo man zu bestimmten Zeiten klicken kann, um zu Quellen zu kommen, zu dem Recherchethema, das die hatten. In der Wissenschaft wird es an verschiedenen Stellen verwendet. Ein Projekt von uns läuft mit der University of Western England in Bristol. Die erforschen soziale Netzwerke in einem Projekt von ihnen über die Zeit. Da gibt es jetzt keinen Link, weil das erst mal ein internes Ding von denen ist. So ähnlich beim Weizenbaum-Institut. Die dokumentieren Workshops, in denen sie halt Themen aus verschiedenen Perspektiven diskutieren und da hinterlegen wollen, was wie mit was verbunden ist. Und schließlich technische Dokumentation im Business-Umfeld, wo man zum Beispiel mitmappen kann, welche Software hat welche Felder oder Begriffe und wie heißen die Dinge, die so etwas Ähnliches meinen in einer anderen Software, um solche Informationen miteinander zusammenzubringen, verwenden die DMX-DMX-DMX. So, ich habe mir überlegt, wir machen das heute an einem Use Case, der möglichst anschaulich ist, mit dem alle, die zuhören, was anfangen können, kochen. Und zwar möchte ich mir vorstellen, ich habe eine ganz einfache Frage, ich mache den Kühlschrank auf, da ist irgendwie was zu essen drin, Kürbis oder irgendwas und ich möchte wissen, was kann ich damit kochen? Wo war nochmal dieses gute Rezept? Hatte ich das aus dem Internet oder ist das aus der lose Blattsammlung in meinem Küchenregal? Welche weiteren Zutaten kommen da rein und in welchen Mengen? Wie viel Zeit muss ich einplanen und ist das Essen vegan? Ich erwarte, dass ihr das jetzt auf eure möglichen Use Cases übertragt, weil man kann natürlich jetzt nicht nur eine Kochdatenbank damit bauen. So, bevor wir da anfangen, jetzt ein Datenmodell zu bauen, sind hier erstmal ein paar Begriffe und gleich einmal das User-Interface von DMX. Zuerst haben wir Workspaces. Das ist die oberste Ebene, in der Content organisiert wird. Also so große Projekte wie zum Beispiel Workspace 1 ist meine Dissertation, Workspace 2 ist meine Kontaktdatenbank für ehrenamtliches Engagement, Workspace 3 ist meine Kochdatenbank. Und je nach Projekt möchte ich mit unterschiedlichen Gruppen von Leuten daran zusammenarbeiten. Das heißt, an diese Workspaces sind in DMX auch die Zugriffsrechte gebunden. Da kann man dann auf fünf Ebenen einstellen, zwischen privaten oder world-writable Workspaces gibt es Abstufungen. Huch! Ich habe hier jetzt irgendwie in die Folie gesoomt. Als nächstes haben wir Topic Maps. Die sind innerhalb von Workspaces. Ihr werdet das gleich sehen. Das sind wie Karten, die eine konkrete Arbeitssituation jeweils zeigen. Das heißt, in einem Workspace kann ich viele so eine Topic Maps anlegen und mir je nachdem, was ich in dem Kontext jetzt gerade sehen möchte, Dinge aus der Datenbank da hinholen und die da anordnen. Und die bleiben dann auch so. Die Datenbank da drunter, da ist alles drin. Idealerweise ist jedes Item, was ich eingebe, nur einmal in der Datenbank gespeichert. Und wenn ich Leserechte oder auch sogar Schreibrechte darauf habe, kann ich das in allen anderen Kontexten wieder auf eine Topic Map holen und weiterverwenden. Also Dinge werden nur mehrfach angelegt, wenn die nächste Person das nicht lesen darf, dass ich das schon drin habe. So, dann haben wir noch Topic Types und Association Types versus Topics und Associations. Dazu habe ich gleich eine extra Folie. Das schiebe ich kurz nach hinten. Und wir gucken erst mal auf die Oberfläche. Also das Ganze läuft im Browser. Wir haben hier oben den Workspace Selector, links in der Ecke. Das ist ein Dropdown-Menü. Da habe ich einen Überblick über alle Workspaces, die ich besuchen darf, also die ich mindestens lesen darf. Der hier, der heißt jetzt DMX User Guide Beispieldaten. Daneben ist die Auswahlliste der Topic Maps. Da habe ich jetzt hier eine, die heißt Personen und Organisationen. Das ist hier jetzt, ihr seht ein Stück Beispiel Content aus unserem User Guide, den wir auf dem Demo-System quasi nachgebaut haben zum Spielen. Und hier auf der Topic Map, das ist die große weiße Fläche, seht ihr verschiedene Topics, die da eingeblendet sind oder auch angepinnt. Also diese Notiz, die gelbe, die ist zum Beispiel ziemlich groß, weil die geöffnet und angepinnt ist. Daneben ist das Kathy-Jones-Feld, ist ein Kontakt, der da mit ein paar Kontaktangaben eingepflegt ist. Der ist verbunden über eine Assoziation zu dieser Organisation. Die wiederum hat diesen blauen Rahmen, die ist ausgewählt. Also um die geht es jetzt gerade in diesem Screenshot. Und das Ausgewählte wird hier ganz rechts im Detail Panel im Detail angezeigt. Das heißt, dieses Detail Panel geht auf und zu, je nachdem, ob ich gerade Detailansichten haben will oder nicht. Das schließe ich, indem ich da einfach wieder irgendwo anders hinklicke. So sieht das Ganze erst mal aus. Und jetzt kommen wir noch mal zu dem Datenmodell-Thema. Also im Prinzip ein Datenmodell, das befindet sich auf der sogenannten Typebene. Das ist noch nicht der konkrete Inhalt, den ich einpflege, sondern es ist die abstrakte Beschreibung dieser Inhalte in Form von so einem Modell oder Kategorien, Templates, Vorlagen. So kann man sich das vorstellen. Also oft ist es so, dass die die Software entwickeln, mit dieser Unterscheidung sofort was anfangen können. Und Leute, die aus anderen Arbeitsbereichen kommen, für die ist das erst mal, da muss man sich erst mal reindenken, wie das gedacht ist. Also das heißt, auf der Typebene habe ich Topic-Typen und auf der Instanzebene, wo dann hinterher die konkreten Inhalte kommen, habe ich Topics. Dasselbe mit Assoziationstypen für die Verbindungen und Assoziationen für die konkreten, die ich dann auf einer Map ziehe. Um das an dem Kochbeispiel nochmal den Unterschied zu zeigen, Typen wären ein Topic-Typ Gericht, eine Instanz wäre dann der konkrete Kürbisaufstrich oder die Tomatensuppe, ein Typ wäre Gemüse und eine Instanz wäre Zucchini oder Tomate. Um jetzt zu unserem kleinen Datenmodell zu kommen, machen wir erst mal so einen kleinen Plan, was wir dafür eigentlich alles brauchen. Und zwar zum Ersten brauchen wir diverse Kategorien von Zutaten, die wir hinterher in so ein Essen reintun wollen. Also zum Beispiel, wie schon gesagt, Gemüse, Gewürze, Obst und so weiter, Soßen, whatever. Das sind alles einfache Topic-Typen. Also Gemüse ist ein Textfeld, da steht hinterher in der Instanz Tomate oder Zucchini. Das ist nichts Komplexes. Dann kommt das Gericht selber und das zu modellieren ist schon ein bisschen komplexer. Und zwar soll der Topic-Typ mehrere Eigenschaften haben, die wir auch als eigene Topic-Typen anlegen und mit dem Gesamten verbinden. Also wir möchten, dass der Topic-Typ Gericht ihn umfasst. Es hat einen Namen, den ich da eingeben möchte. Es hat zum Beispiel eine Vorbereitungszeit, eine Kochzeit. Das wären dann numerische Datentypen, also Kochzeit in Minuten, 20 oder so. Und dann hat es noch weitere Eigenschaften. Zum Beispiel ist es glutenfrei, laktosefrei, vegan oder sowas. Das wäre vom Typ Boolean wären die. Also ist vegan, ja oder nein. Achso, hier muss ich hin. Zack. Dann kommen wir zu den, also das waren jetzt erstmal die Topic-Typen, die wir bräuchten. Als nächstes kommen die Assoziationstypen. Und da wird es schon interessant, weil da gibt es nicht ein richtig oder falsch, wie man das jetzt modelliert. Sondern das, was ich jetzt erzähle, ist ein Vorschlag. Das wäre, wie wir empfehlen würden, das so einen Fall zu modellieren. Und zwar wollten wir ja wissen, also welche Zutaten und wie viel davon. Das heißt, Menge der Zutat würden wir als Assoziation, also als Verbindung modellieren. Nicht als Eigenschaft, die an dem Gericht klebt. Sondern wir betrachten sozusagen die Tomate nicht als Zutat, sondern als Gemüse. Und in unserem konkreten Kontext gibt es eine Verbindung zu diesem Essen. Es könnte ja aber sein, dass dieselben Instanzen oder Topic-Typen schon in DMX in einem anderen Kontext vorkommen. Also vielleicht habe ich meinen Schrebergarten da auch schon drin modelliert und verwalte da, was ich da anbaue. Dann wäre die Tomate schon da und ich kann sie einfach in dem neuen Kontext verwenden. Und nur quasi nur darüber, dass eine neue Assoziation zu meinem Kontext hergestellt ist, habe ich dann meinen Kontext. Und an dieser Assoziation, also an dem Strich, kann ich dann ins Textfeld die Mengenangabe zum Beispiel eingeben. So machen wir das jetzt gleich. Genau. Okay, diesen Teil habe ich noch auf einer Folie, weil das in der Instanz, die ich vorbereitet habe, schon drin ist. Die Typen anlegen. Erstmal die ganzen Gemüse, Obst, Gewürze und sowas. Da würde man auf die leere Topic-Map klicken mit rechts und hätte so ein Such-Search-Create-Suchdialog mit Anlegeoptionen. Das ist so gedacht, dass man nach allem, was man jetzt gleich neu einpflegen möchte, erst mal guckt, ist das vielleicht schon drin. Und wenn ich recht habe, das zu verwenden, dann kann ich es einfach auswählen und lege es nicht nochmal an. Hier sind jetzt in dem Screenshot keine Treffer drin. Das heißt, ich lege Gemüse als neuen Topic-Typ an und auf der rechten Seite hier wähle ich aus, was soll es denn werden. Da gibt es zur Auswahl in dem Dropdown einige vordefinierte Typen, die DMX schon mitbringt. Person zum Beispiel, das ist es jetzt aber nicht, sondern wir wollen ja einen ganz neuen Topic-Typ definieren, Gemüse. Das wählen wir hier aus und dann legen wir das an. Und im nächsten Schritt können wir dann Instanzen anlegen, also Typebene bei den ganzen Zutaten wäre Häkchen dran. Jetzt pflegen wir Rotkohl ein und können dann hier hinten bei Create auswählen, dass der Typ jetzt Gemüse werden soll. So haben wir quasi die erste Instanz von unserem eigenen definierten Typ angelegt. Jetzt kommen wir zu dem Topic-Typ Gericht. Wir hatten ja schon gesagt, der soll komplexer sein. Nämlich aus diesen Informationen, welchen Namen hat das Gericht, wie lange dauert es und so weiter, zusammengesetzt werden. Das nennt man in DMX ein Composite. Also das heißt, es ist ein Typ, der aus mehreren oft einfachen Topic-Typen, also Simple Topic-Types zusammengesetzt ist. Da kann man aber auch beliebig komplexe Verschachtelungen bauen. Das lasse ich jetzt aber erstmal bleiben. So, unsere Zielvorstellung ist so, wir möchten in das Suchfeld einen Rezeptnamen eingeben und möchten dann By-Topic-Typ Gericht auswählen. Wenn wir das Gericht dann angelegt haben, möchten wir so eine Maske befüllen, die unsere Felder enthält. Zum Beispiel eine Quelle, wo war denn nochmal mein tolles Gericht? War das im Netz oder war das hier im Küchenschrank? Wie lange dauert es und so weiter. Das Schöne ist, dass wir uns um dieses Formular gar nicht selber kümmern müssen, weil DMX einen Formulargenerator eingebaut hat, der das Datenmodell liest und wenn wir auf Editieren gehen, bietet es alle Felder an zum Ausfüllen, die wir in dem Datenmodell hinterlegt haben. Ich gehe jetzt mal in die Instanz. Sekunde. Ich bin jetzt in einer DMX-Instanz, die schon bestimmte Sachen vorbereitet hat, nämlich die ganzen Gemüse und Instanzen und so weiter und wir möchten jetzt das Gericht und die Assoziationen anlegen. Das heißt, ich bin hier auf einer, ich bin eingeloggt als SME. Ich befinde mich auf einer, in einem Workspace zum Vortrag. Auf einer Topic Map, die heißt sechste Folie. Jetzt klicke ich hier mit rechts ins Nichts und bekomme diesen Search-Create-Dialog. Jetzt gucke ich, Gericht, gibt es das schon? Ich habe hier schon mal irgendwelche Notizen zu dem Thema gemacht. Ich sehe, dass das in diversen Textfragmenten vorkommt, die da drin sind. Aber ich sehe noch keinen Topic-Typ. Das heißt, ich wähle hier hinten aus. Hier sind alle vorbereiteten Topic-Typen. Und ganz unten sind die, mit denen ich quasi auf der Meta-Ebene ganz neue Topic-Typen anlege. So, den sehe ich jetzt hier. Wenn ich wieder mit rechts da drauf gehe, bekomme ich dieses Kontextmenü und kann das editieren. Hier sieht man jetzt erst nochmal, wie das Ding heißt. Die URI, das lassen wir jetzt hier außen vor. An der Stelle würde ich euch auf den User-Guide verweisen, wenn euch das interessiert, wie man das benutzen kann. Der Datentyp ist interessant. Wir hatten ja gesagt, der ist jetzt nicht nur ein Textfeld, sondern er ist ein Composite. Komplexer aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Da gibt es hier zwei Möglichkeiten. Ich nehme mal Entity. Auch da verweise ich auf die Doku, weil ich das sonst zeitlich hier leider nicht schaffe. Und jetzt klicke ich wieder hier ins... Achso, dann geht das Ding auf. Sorry. So, ich habe jetzt hier ein Gericht. Das ist als Entity angelegt und das hat zur Konsequenz, dass wenn ich jetzt was daran ankoppele, eine weitere Eigenschaft, dann weiß die MX, da kommt jetzt gleich was, weil ich wollte da ja ein Composite definieren. Sonst hätte ich nicht Entity gesagt, sonst hätte ich da Text stehen lassen zum Beispiel. Jetzt habe ich hier den Namen des Gerichts als erste Eigenschaft. Das ist ein eigener Topic-Typ. Lege ich an. Datentyp ist wieder Text. Ich mache das Ding hier vielleicht mal kurz weg. Datentyp ist Text. Das ist okay, weil der Name ist ja erstmal nur ein Textfeld. Genauso verfahre ich jetzt mit Kochzeit. Editieren. Achso, ich schreibe vielleicht mal hin in Minuten. Dann habe ich hier Datentyp einen numerischen Wert. Da möchte ich quasi nicht 25 min, sondern 25 eingeben. Speichern. Und dann wollte ich noch ein Boolean haben. Zum Beispiel vegan. Ist auch wieder ein Topic-Typ. Den editiere ich und sage Boolean. Die möchte ich jetzt alle zu diesem Gericht zusammenbauen. Ich fange mal mit dem ersten an. Und zwar, ich mache hier einfach, ich packe das hier oben an dem blauen Böppel, Big Blue Button, und ziehe das hier drauf. Und die Assoziation, also der Strich dazwischen, wird mir jetzt hier angezeigt. Und jetzt wurde erkannt, aha, hier wird ein Composite definiert. Das kann ich auch editieren. Das kann ich auch editieren, auf dieselbe Art und Weise. Cardinality 1 heißt erstmal nur, ein Gericht hat einen Namen und nicht fünf und nicht sonst wie viele, sondern genau einen. Jetzt sind hier zwei Felder, die mir angeboten werden, Identity Attribute und Include in Label. Die sind dazu da zu sagen, ich möchte, dass der Name des Gerichts der Identifier für das ganze Composite wird. Also wenn ich eingebe Kürbisaufstrich, dann möchte ich, dass diese Information der Unique Identifier wird. Und Include in Label heißt, dass dieser String auch in dem Kästchen auf der Topic Map stehen soll. Und das möchte ich, ich möchte, dass dann der Kürbisaufstrich steht und nicht vegan oder irgendwas. So. Und die anderen Bestandteile kann ich hier einfach so draufziehen. Da muss ich nicht weiter groß was machen. Jetzt haben wir schon mal ein rudimentäres Gericht. Jetzt wollten wir noch eine Quelle hinterlegen. Also wir wollten Assoziationstypen anlegen. Eine Quelle und eine Menge der Zutat. Menge der Zutat gibt es hier auch noch nicht. Hier wähle ich jetzt Assoziationstyp aus, weil ich ja eine Beziehung definieren möchte. Datentyp, davon kann ich wiederum auf Text stehen lassen. Das wird dann hinterher meine Möglichkeit, da 200 Gramm oder sowas einzugeben. So, genauso mache ich es jetzt noch mit einer Quelle. Ist auch ein Assoziationstyp. Da möchte ich dann verlinken können, ob das, wie gesagt, im Kochbuch oder im Internet oder wo mein Rezept jetzt war. Und um jetzt, also um die Quelle direkt, ich zeige mal kurz, wie jetzt für ein Gericht diese Eingabemaske aussieht. Kürbisaufstrich. Ich habe bisher so ein paar Descriptions. Ach, ich habe hier auch schon eine alte URL. Okay. Aber ich habe noch kein Gericht, das so heißt. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder in mein Dropdown-Menü. Gucke mir hier in der Liste an. Ah, hier ist das Gericht. Ich wähle das aus und lege einen Kürbisaufstrich an. Jetzt habe ich eine Instanz des Typs Gericht. Ich mache hier noch mal kurz ein bisschen Platz auf der Topic Map. Wenn ich das Ding jetzt editiere, sehe ich hier mein Formular. Das ist schon mal nicht schlecht. Kann ich was eintragen? Kochzeit, vegan, speichern. Jetzt habe ich die Quelle da noch nicht hinterlegt. Wenn ich das einfach als URL machen möchte, kann ich in DMX mal schauen. Da gibt es nämlich einen vordefinierten Typ-URL. Den kann ich jetzt einfach mit dem Gericht verbinden und wiederum diese Beziehung editieren. Und aus den Custom Association Types kann ich jetzt meine selbst definierte auswählen. Das soll eine Quelle sein. Das wird mir dann hier im Modell auch angezeigt. Wenn ich jetzt wieder aus dem Modell raus in die konkrete Instanz gehe und die noch mal editiere, ist hier ein neues Feld. Dann habe ich hier irgendwo meinen Kürbisaufstrich. Kann das speichern. So, jetzt hatte ich hier schon irgendwo die Zutaten. Ich glaube, die sind auf der nächsten Folie. Achso, hier wollte ich eigentlich die Instanz erstellen. Ich verstehe. Die kann ich jetzt einfach aufdecken. Das Gericht Kürbisaufstrich. Hole ich mir jetzt hier auf die neue Topic Map. Und dann habe ich hier schon die Zutaten bereit liegen. Verbinde die mit dem Gericht. Hier ist jetzt der automatische Assoziationstyp ist einfach nur eine schlichte Assoziation. Also ich sage mal ein dummer Strich. Und wenn ich den jetzt editiere, kann ich hier auswählen, dass es sich um die Menge der Zutat handelt. Und zwar 200 Gramm. Und so würde ich mit den anderen Zutaten auch verfahren. Okay, ich gehe mal aus dieser Live-Demo aus. Beziehungsweise, solange ich hier noch drin bin, zeige ich noch kurz was anderes. Das ist jetzt eine andere Instanz. Und zwar habe ich da dieselben Informationen, da habe ich ein Plugin installiert, das mir dieselben Informationen schon mitgibt. Ihr habt jetzt vielleicht teilweise schon gedacht, das ist ja ganz schön viel Klickerei und hier einen Strich ziehen und da noch ein Ding anlegen. Das ist super für die Leute, die nicht programmieren. Und wer programmieren kann, kann das selber lösen durch ein eigenes Plugin und darin Datentypen deklarieren. Die stehen dann einfach schon zur Verfügung. Datentypen, auch Instanzen, Assoziationstypen kann man quasi mitgeben über ein Plugin. Hier ist jetzt eine Instanz, wo das Plugin genau mit diesem Koch-Use-Case installiert ist. Und da sieht man mal, wie es aussehen könnte, wenn verschiedene Typen, also es sind nicht nur URLs als Quellen, sondern ich habe hier jeweils meine Assoziationstyp-Quelle. Da habe ich im einen Fall ein Foto von irgendeinem abfotografierten Rezept. Im nächsten Fall, hier bei den Buchweizenpfannkuchen, Seite 64 im Kochbuch sowieso. Oder hier bei den Fischstäbchen habe ich einfach meine eigene lose Blattsammlung, die da irgendwo in der Küche rumsteht. Seitenzahl gibt es da drin natürlich nicht, ist halt irgendwo hinten, habe ich da jetzt so ran geschrieben. Genau, dann kann man solche Dinge machen, wie hier diese Kante, wo dran steht Alternative zu einer Zutat. Das ist tatsächlich kein Teil des Datenmodells, sondern ich habe on the fly Sojasoße hier angelegt und einen Strich gezogen und das da dran geschrieben. Also das, man kann modellieren, man kann aber quasi auch einfach losmalen. Das kann man natürlich dann nicht so programmatisch auswerten hinterher, aber so. Jetzt will ich das Screensharing wieder verlassen. Okay, den Teil haben wir jetzt in der konkreten Instanz schon gesehen. So, das habe ich gerade schon erwähnt. Datenmodell-Plugins könnt ihr selbst schreiben. Da deklariert ihr dann in JSON-Format, welche Topic-Typen oder Assoziationstypen oder welche konkreten Instanzen schon reingefüllt werden sollen in die DMX-Instanz. Hier habe ich euch auf der Folie so ein paar Informationen dazu verlinkt und zwar unseren Developer-Guide, in dem, also der richtet sich ganz konkret an Plugin-EntwicklerInnen und wir haben ein Plugin-Template, das eine Starthilfe ist. Von da kann man loslegen, um sowas selber zu entwickeln. Und dann habe ich euch hier noch das Repo verlinkt und auch den Download von dem JAV-File zu diesem DMX-Cooking-Showcase-Plugin. Da habe ich quasi selber mal ausprobiert, wie, also ich bin nicht Software-Entwicklerin, ich kann auch ein bisschen programmieren, aber eigentlich nicht Java so. Aber ich habe ein Plugin gemacht mit diesen Ressourcen und ein bisschen in unserem Forum Fragen. Es ist nicht so schwer. Und das Plugin deklariert die Topic-Typen, die wir eben gemacht haben, also in dem Fall auf Englisch, im Gericht und Gemüse und so weiter, die Assoziationstypen, Quelle, Zutat, also Menge der Zutat und ganz viele Zutaten, also Instanzen zum Spielen. Was man noch machen kann, heißt Autotyping. Das ist, da verlässt man schon die Ebene des reinen deklarativen Plugins. Man kann über das Plugin mitgeben, dass in dem Moment, wo ich eine Assoziation ziehe von einem Gemüse zu einem Essen, erkennt DMX automatisch, okay, es soll jetzt eine Assoziation gezogen werden vom Typ Menge der Zutat. Dann muss man gar nicht jedes Mal umlabeln, was das jetzt genau ist. So, einige weitere Features von DMX. Die Plugin-Architektur, das, genau, domänenspezifische Logik, das ist das, was ich eben gesagt habe. Autotyping fällt darunter. Man kann außerdem über Plugins den mitgelieferten Web-Client erweitern. Da gibt es auch schon diverse Plugins, die entweder Buttons einbauen oder komplette andere Ansichten auf den Content ermöglichen, zum Beispiel auf einer OpenStreetMap, Geomap oder als tabellarische Darstellung. Man kann eigene Web-Frontends schreiben oder sonst beliebige Services da einbauen und drin verwenden. Ich habe hier nochmal die Liste der existierenden Plugins verlinkt und wir freuen uns, wenn das mehr werden. Meldet euch gerne, wenn ihr da Interesse habt oder schon was entwickelt habt. DMX hat eine Restschnittstelle. Das heißt, darüber kann man auch mit beliebiger, also beliebigen Programmiersprachen oder Web-Client-Anbindungen da ankommen. Und schließlich zur Lizenz. Wir haben uns für eine duale Lizenz entschieden. AGPL V3 ist quasi erst mal das, was ihr euch runterladet. Und erst in dem Moment, wo jemand proprietäre Plugins entwickeln möchte oder quasi an dem Quellcode derart herum ändert, dass das nicht wieder zurückfließt, bitte in Kontakt treten. Dann wird das proprietär lizenziert und das ist dann okay. Die nächsten Pläne, also mehr Plugins, wie ich gerade schon sagte, die müssen auch nicht alle von uns kommen. Gerne rumspielen und bei uns melden. Wir haben konkret vor, ein Sign-Up-Plugin zu machen, beziehungsweise zu portieren, über das man User-Accounts erstellen kann von außen und sich dann auch per E-Mail da ein Passwort schicken lassen kann. Das gibt es im Moment noch nicht. Also das heißt, im Moment ist da dann eher der Weg, das LDAP-Backend zu verwenden oder man hat halt einen lokalen Account ohne Passwort-Reset. Das ist aber halt Upcoming. Dann die Suche nach Assoziationen. Das ist natürlich total wichtig, um da Auswertungen mitzumachen. Das ist aber im Moment noch ein Feature, das nicht unterstützt wird. Wir wollen die Dokumentation weiter ausbauen. Das ist ja wahrscheinlich sowieso ongoing. Das ist in dem Maße, wo sich die Software verändert, da immer was zu tun ist. Es fehlen aber gerade auch noch ein paar kleine Sachen. Und die vollständige Bedienbarkeit über Touchscreens. Viel geht schon, aber manches geht noch nicht. Genau. Und schließlich habe ich hier noch eine Linkliste für euch zu unserer Website der Dokumentation, die sowohl User-Guide, Plug-in-Development, Admin-Doku und Beschreibungen zu den Plug-ins umfasst. Wir haben ein Forum, wo ihr euch gerne bei uns melden könnt oder wo auch diskutiert wird, wie macht man eigentlich dieses oder jenes. Und das Modeling-Beispiel, das ich gerade gemacht habe, gibt es auf Englisch als Webcast. Also es ist ein bisschen anders, aber es ist im Prinzip das Gleiche bei Vimeo. Genau, damit komme ich zum Ende, habe euch jetzt hoffentlich nicht total erschlagen und her mit euren Fragen. Genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Wenn ihr umfangreichere Fragen habt, kann ich euch auf Nachfrage auch das Mikrofon freischalten. Alle sind erschlagen. Ah ja, eine Frage von einem anonymen Gast. Wenn man sich dem X lokal installiert, wo liegen dann die Dateien? Alle lokal? Ja, genau. Also es ist so, wenn man sich das lokal installiert, installiert man vor allem Java. Im Moment ist es noch Java 8, aber man installiert sich sonst nichts weiter. Man startet das dann, also man lädt sich quasi das ZIP runter, entpackt das und da drin ist für jedes Betriebssystem ein Start-Skript, über das man dann DMX, also den Java-Prozess, da ist dann Jetty drin, das kommt alles in einem und es wird aber nichts weiter auf der Kiste installiert und alles liegt lokal. Anders ist es, wenn man sich das halt natürlich auf dem Server installiert, dann liegt es auf dem Server. Aber es geht nichts nach außen bis zu dem Moment, wo man dann zum Beispiel Geomaps verwendet. Da wird dann zumindest die OpenStreetMap-Karte geholt von OpenStreetMap. Okay. Irau fragt, gibt es DMX auch als Hosted-Version? Ja, das gibt es bei uns. Wir haben vor, in Bälde ein, quasi als Einzel-User das auch for free anzubieten, was sich dann natürlich zum erst mal ausprobieren und rumspielen super anbietet. Das ist noch nicht da. Das heißt, im Moment gibt es auf unserer Website so Paketchen. Ich kann ja, soll ich mal solch, na, ihr findet das, oder? DMX.Berlin, da gibt es eine Seite, wo draufsteht, welche Hosting-Pakete es bei uns gibt. Der anonyme Gast von gerade eben fragt, können die Topic-Typs von anderen Anwendern, also auch von anderen Servern verwendet werden? Und wo findet man die? Nee, von anderen Servern nicht. Also ist ja, denn man findet Wege, das zu exportieren und wieder zu importieren. Aber erst mal, also das föderiert jetzt nicht so, wie jetzt bestimmt, also wie man das teilweise in so, wie sagt man, Cloud-File-Sharing-Lösungen hat oder so. Das geht nicht. Also man könnte halt zum Beispiel ein CSV-Export und wieder Import machen, aber hier kommt noch eine Frage, man kann keine Links wie im Web erzeugen. Also, naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Man kann, also wenn man die Instanz oder den Workspace, in dem man die Daten hat, World-Readable macht, dann kann man die sehr wohl über eine statische URL aufrufen und darauf verlinken. Aber man kann dann nicht quasi die Topic-Typen zu sich in die Instanz rüberholen. Verstehst du, was ich meine? Links auch auf andere Server. Ja, also, Moment, ich gehe mal, was passiert, wenn ich jetzt hier mal kurz weggehe? Ich paste hier mal ein Beispiel in den Chat. Das ist jetzt hier die Seite, die ihr eben gesehen habt, die auf meinem Server läuft, wo man, also die Topic-Map, die hat halt eine feste ID und die bleibt stabil, wenn man nicht die Datenbank zwischendurch wegschmeißt und alles neu macht. Und darauf kann man von außen verlinken. Das funktioniert natürlich nur, wenn diese Topic-Map oder der Workspace lesbar sind. Habe ich deine Frage beantwortet? Okay. Noch jemand fragen? Ist Join gerade noch User? Deswegen würde ich noch ganz kurz warten, ob die gerade am Schreiben sind. Ich würde mich sonst auch gleich noch irgendwie in den, in so einen Raum, da gab es doch einen Innenhof, oder? Genau, genau. Bei euch, genau. Ich würde mich da auch noch einen Moment rumtreiben, wenn jemand noch da mit Fragen vorbeikommen möchte. Ja, eine gab es gerade noch. Was passiert, wenn ein Topic-Typ, den man verlinkt, gelöscht wird? Ja. Ich denke, dass da eine Fehlermeldung kommt. Also, ich kann jetzt nicht auswendig sagen, welche, aber ich würde mal sagen, es könnte 404 not found sein. Apropos löschen, genau, bevor ihr bei euch rumspielt und wild löscht, ihr könnt Topic-Typen, wie jetzt hier in der Frage, nur löschen, wenn da keine Instanzen mehr existieren. Also, wenn, ich kann Gemüse nicht löschen, wenn ich da noch Tomaten und Zucchini rumfliegen habe. Die muss man erst wegräumen alle, auch löschen, dann kann man das, kann man den Topic-Typ auch löschen, sonst gibt es auch Fehler. Ja, ich glaube fast, das war die Frage effektiv von dem Anonym gerade. Ah, okay. Topic-Typs und Instanzen können auf unterschiedlichen Servern liegen, ja oder nein? Nein. Also, die sind schon immer, also in derselben DMX-Instanz. Sie können man kann noch verlinken. Naja, ich kann, also, wenn ich verschiedene Server habe und auf dem einen habe ich definiert, es gibt einen Topic-Typ Gemüse, dann kann ich auf dem anderen trotzdem keine Tomaten anlegen als Gemüse, weil dort in der Datenbank ist der Topic-Typ nicht bekannt. Die Verlinkung geht quasi nicht auf das Datenmodell an sich im Hintergrund, sondern nur auf die grafische Darstellung des Datenmodells. Genau, 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 genau. Ich kann auf die einzelnen Topics oder Typen oder also Dinge quasi mit einer harten URL verlinken, aber das heißt noch nicht, dass ich den Datenbank-Content dann auch bei mir habe. Genau, aber Topics oder Topic-Typen und Instanzen können in unterschiedlichen Workspaces liegen, auf demselben Server. Das macht teilweise sogar Sinn, wenn man zum Beispiel möchte, also könnte ja ein Workspace machen, der ist eher restriktiv von den Zugriffsrechten her und da ist ein Datenmodell, an dem man nicht möchte, dass da eine Belegschaft von 100 Leuten dran rumfriemelt, sondern das ist ein geplantes Ding, so und so soll es aussehen. Es gibt dann aber ganz viele Leute, die hinterher Content da drin bearbeiten. Dann könnte man die Instanzen dazu in einen anderen Workspace auf demselben Server zum Beispiel legen. Die können das dann alle editieren. Christoph fragt, kann man dynamisch von einer Topic-Map auf eine andere verlinken? Das Ziel soll also vom Datenmodell kommen. Ich weiß nicht, ob ich die Frage genau richtig verstehe. Also man kann auf jeden Fall, wenn man einen Link oder ein HTML-Feld hat, zum Beispiel in so einer Topic-Typ-Notiz ist Note, ist eine vorgefertigte. Da kann man HTML reinschreiben und wenn man in dem kleinen Editor, der da aufgeht, eine andere, da kann man Topics, Topic-Typen-Maps drin verlinken mit ihrer URL oder URI und dann direkt da hinspringen. Meinst du das? Nein. Ich würde an der Stelle vielleicht vorschlagen, dass wir dem Vorschlag von Silke nachkommen und ihr euch im Innenhof vielleicht wieder trefft. Da können zum Beispiel auch Christoph oder wer auch immer noch Fragen hat, vielleicht auch direkt mit Mikrofon fragen. Ja, gerne. Das ist etwas dynamischer. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, ihr seht die E-Mail-Adresse, den Mastodon und den Twitter-Link von der lieben Silke hier eingeblendet. Genau. Ansonsten war es das von unserer Seite aus. Ja, vielen Dank für euer Interesse. Genau. Tschüss. Dann kann ich mich mal einstellen. Ich weiß nicht. Schauenícke. Es gibt einenki派 desapareót. sticking hier. Vielen Dank.